Ich nehme die Masterarbeit ernst, okay, aber ich werde die anderen mit der Aufführung nicht komplett alleine lassen. Ich schaffe das schon, okay? Okay. Wieso ist das einzige, wofür sich immer alle interessieren, das was man macht, wenn man hinter irgendein scheiß Schreibtisch sitzt? Ich habe halt keinen Bock 40 Jahre lang zu arbeiten und dann tot umzufallen. Ach, Elli. Na ja, irgendwann musste mich ja die obligatorische Lebenskrise während der Theaterwochen mal erwischen, oder? Gesetz ist Gesetz. Aber dafür haben wir noch eine letzte richtige Premierenfeier zusammen. Versprochen? Versprochen. 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 Messen.